Musik So Leute, jetzt hier das letzte Video vom Olimars und wie ihr seht, ist hier noch der Preis drin. Und das stört ja nicht. Falls ja eine Mediamarkt-Aktion war, gab es diese CDs noch zu verkaufen. Also das und die anderen beiden alten Alben. Und ja, ich hoffe es hat euch alles jetzt gefallen. Wenn ja, dann geht den Videos dann nach oben oder der ganzen Playlist ich noch erstellen werde. Und ja, vielleicht gehe ich auch aufs Konzert. In Bayern, wo ist es denn in Bayern? In München, ok. Vielleicht gehe ich da hin, muss ich mal schauen, wenn ich das Geld und die Lust habe. Gehe ich da vielleicht mal hin und ja, vielen Dank fürs Anschauen. Und ja, ich werde jetzt, wenn ihr was wollt, nochmal so was machen. Also was wie livefilmen, sag ich mal. Also was nicht im Games passiert. Ich habe jetzt auch noch die The Sun Band Feuerwerk in München gefilmt. Da werde ich auch noch Videos machen. Also, die kommen auch noch sicher. Und ja, ich hoffe sie werden euch gefallen. Und ja, bis dahin. Tschüss, ich hoffe es hat euch gefallen das Ganze. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sika Freak. Tschüss.